Hallo, willkommen bei uns in der BAK-Akademie. Ja, ich bin Markus Hombach, der Leiter der BAK-Akademie der IREX und ich darf Ihnen heute hier unser neues Fachbuch vorstellen, das IREX-Kompendium der Bäckereitechnologie. Das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, hier sehen Sie schon mal den Titel. Ja, worum geht es bei diesem Buch? Also dieses Buch ist zunächst mal der Nachfolger unseres bäckereitechnischen Handbuchs, was wir ja seit 1948 bei uns im Programm haben. Und wir haben aber das nochmal richtig überarbeitet, neu konzipiert und haben neue Kapitel aufgenommen, haben alles nochmal nach dem neuesten Stand der Technik und auch den neuesten Erfahrungen überarbeitet und haben hier, ich denke, ein ganz interessantes neues Werk geschaffen, was den Bäckern wirklich in der Praxis helfen soll. Also das ist wirklich für jeden Fachmann ein sehr gutes Nachschlagewerk und wir haben hier auch wirklich neue Dinge mit reingenommen, wie die Vakuumkühlung, Vakuumkonditionierung. Wir haben hier neue Kapitel aufgenommen, wie zum Beispiel Softgebäcke, was man so selten findet und haben versucht, mit vielen neuen Grafiken, Fotos, Tabellen das auch sehr übersichtlich zu gestalten. Ja, das ist unser neues IREX-Kompendium der Bäckereitechnologie, ein Fachbuch, von dem wir meinen, dass es in jede Bäckerei gehört, weil es wirklich für den Erfahrenen als auch den jungen Fachmann was bietet. Und wir laden Sie dazu ein, sich das Buch anzuschauen, darin zu lesen, darin zu lernen, darin zu stöbern und immer wieder das Ganze als Nachschlagewerk für fachliche Fragen zu nutzen. Und das Buch ist natürlich über uns erhältlich und steht in Kürze zur Verfügung. Und das Buch ist natürlich auch ein, das Buch ist wichtig, das Buch ist wichtig, das Buch ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020